Die Natur selbst war ein Heiligtum in ihrem ständigen Rhythmus des Lebens. Ein Heiligtum ohne sakrale Architektur. Doch vor 2500 Jahren wurde ein Mann namens Gautama zu Buddha, dem Erweckten. 300 Jahre später entsteht aus dem Kult um seine Reliquien eines der ersten heiligen Bauwerke in Asien, der Tempel Mahabodhi im Norden Indiens. Die Lehre Buddhas wird sich in ganz Asien verbreiten und eine sakrale Architektur beeinflussen, die den Menschen in den Mittelpunkt des Universums stellt. Von Indien bis Japan, von Myanmar bis in die Mongolei integrieren die Kulturen dieses Gedankengut in ihre eigenen Glaubensvorstellungen. Dieser erstaunliche Synkretismus wird eine Vielzahl von Tempeln und Schreinen hervorbringen, so vielfältig wie die Landschaften des riesigen asiatischen Kontinents. In Indien, der Wiege des Hinduismus, wird diese architektonische Synthese ihre extravaganteste Form finden, im Bild der vielfältigen Inkarnationen der heimischen Götter. Gemeinsam sind den Tempeln in Asien bestimmte Konstruktionsprinzipien. Variationen von Kreisen und Vierecken symbolisieren Himmel und Erde oder die Form des menschlichen Körpers, der ihn mit dem Kosmos verbindet. Der Tempel ist für uns ein Raum, in dem wir in einem Gebäude die Erfahrung des Kosmos machen. All das sind Schlüssel, die den Menschen dazu dienen, die Mechanik des Universums zu enträtseln. Der Tempel ist für uns ein Raum, in dem wir in einem Gebäude die Erfahrung, in dem wir in einem Gebäude die Erfahrung, 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 in einem Gebäude die Im hinduistischen Minakshi-Tempel in Madurai im Bundesstaat Tamil Nadu sind die in Stein verkörperten Götter seit jeher Teil des Alltags der Menschen. Jeden Tag kommen 15.000 Gläubige, um sie zu besuchen und zu ehren. Jeder Gläubige hat eine familiäre und besonders innige Beziehung zu einem Gott seiner Wahl. Der Hinduismus ist mit fast einer Milliarde Gläubigen die drittgrößte praktizierte Religion der Welt. Ein Tempel ist nicht nur für uns Brahmanen, sondern für alle ein Haus. Ich mag mein eigenes haben, aber ein Tempel ist für alle Menschen ein Haus. Bis zur Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 waren Tempel in der Kastengesellschaft nur den Brahmanen und Königen vorbehalten. Der ab dem 10. Jahrhundert erbaute Minakshi-Tempel war einer der ersten, der sich allen Gläubigen öffnete. Er wurde zu einem der beliebtesten Tempel. Der Tempel ist ein Mittel, durch das sich der Mensch selbst erfährt. Wer sich selbst kennt, wer sein eigenes Selbst kennt, der wird danach streben, die Erlösung zu erlangen. Als Spiegel der Menschen geben die Götter alle menschlichen Emotionen wieder. Sie füllen alle Winkel des Tempels in unendlich vielen Metamorphosen. Sie haben tausend Namen und tausend Gesichter. Am Eingang des Tempels streuen die Gläubigen Asche, das Symbol des Zyklus von Tod und Wiedergeburt, auf Ganesha. Den Gott mit dem Elefantenkopf und dem Körper eines Kindes. Ganesha ist Gott der Wohltaten. Er stellt die Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen her und schenkt den Menschen Glück und Reichtum. Er ist der beliebteste Gott in Indien. Außen bietet sich das Pantheon der Hindu-Götter in einem großen, heiteren Durcheinander dar. Im Minakshi-Tempel soll es 33.000 Gottheiten geben, welche die Erscheinungen der drei wichtigsten Gottheiten des Hinduismus repräsentieren. Brahma, der Schöpfer, Vishnu, der Beschützer und Shiva, der Zerstörer und zugleich Erneuerer des Lebens. Alle haben menschliche Gestalt angenommen. Sie bevölkern die Wände des Tempels und nehmen teil am unendlichen Zyklus des Lebens. Alle 15 Jahre werden sie neu bemalt. Denn in Indien ist Farbe in all ihren Schattierungen Symbol der Vitalität. Farbe ist Licht, das vom Körper der Gottheiten ausstrahlt, um die Welt der Menschen zu erleuchten. In uralter Zeit, lange bevor der Hinduismus aufkam, lange bevor es Tempel gab, zur Zeit der vedischen Religion, einer der ältesten der Welt, hatten die Götter nur einen einzigen Wohnort, den mythischen Berg Meru, der auch mit dem Berg Kailash identifiziert wird. Er galt als das natürliche und spirituelle Zentrum des Universums. Der Archäologe Dr. Veda Chalam hat den Ursprung der Tempel erforscht. In vedischer Zeit kannten wir in Indien nur Mantras, heilige Formeln. Zu jener Zeit war jedes Lebewesen für die Menschen wie ein Tempel. Und die Seele in jedem Lebewesen wurde für eine Gottheit gehalten. Später wurde die Idee eines Tempels entwickelt, nach dem Vorbild der Buddhisten. Und jeder Tempel basiert auf dem menschlichen Körper, weil die Menschen sich damals den Körper als einen Tempel vorstellten. Der Tempel ist nicht nur Wohnort der Götter, sondern die symbolische Darstellung eines göttlichen Körpers in menschlicher Gestalt. Der Tempel ist ein lebendiges Wesen. Das Labyrinth von Höfen, Säulenhallen und Korridoren sind seine Eingeweide. Von den Decken bis zu den Granitsäulen und den aus Stein gehauenen Fußböden sind alle Oberflächen heilig. Der Tempel weist von unten nach oben sechs Ebenen auf. Nach dem Vorbild der sechs Ebenen des Körpers. Die Fundamente stehen für die Füße, die Mauern für den Körper. Der runde Tambur symbolisiert den Hals und den Kopf. Und die vergoldeten Spitzen den Scheitel des Schädels. Schon von Weitem zeichnen sich am Horizont die Gopurams ab. Die riesigen Tortürme, die den Tempelbezirk begrenzen. Er nimmt über sechs Hektar ein, mitten in der Stadt Madurai, die um ihn herum entstand. Wie ein Leuchtturm wacht er mitten in der Stadt über ihren Wohlstand und erinnert die Menschen an die ständige Gegenwart des Göttlichen. Der Tempel hat zwölf Gopurams. Acht davon bilden die inneren Gopurams. Sie gehören zum ursprünglichen Tempel. Spätere Herrscher haben dann vier weitere Gopurams in den vier Himmelsrichtungen errichtet, um den Tempel zu erweitern. Diese vier Türme können wir heute noch sehen. In die vier Himmelsrichtungen ausgerichtet sind die Gopurams um das Heiligtum im Zentrum des Tempels gruppiert. Hier hat, verborgen unter einem goldenen Dach, der Gott Shiva seinen Sitz. Von Anfang an haben die Erbauer des Minakshi-Tempels die Prinzipien der buddhistischen Architektur übernommen und modifiziert. Den Schrein, in dem Shiva thront, und die konzentrischen Umfriedungsmauern, die den Kosmos darstellen. Im Zentrum ist die Heiligkeit am größten. Nach außen hin nimmt sie ab. Aber einige Jahrhunderte später wird diese perfekte Anordnung umgestoßen, als ein zweiter Schrein gebaut wird, der der Gattin Shivas geweiht ist. Seither entfaltet sich der heilige Bezirk nicht mehr um ein Zentrum, sondern um zwei Zentren. Diese, in Indien, einmalige Besonderheit entstand aus der unmöglichen Liebe des Gottes Shiva zu einer Menschenfrau, die zur Göttin wurde. Nach ihr wurde der Tempel benannt, Minakshi. Der Legende, nach der sich eine Sterbliche mit einem Gott vereint, verdankt der Tempel seine ungeheure Popularität. Jeden Abend wiederholt sich ihre Hochzeitsnacht. Brahmanen, die als einzige das Heiligtum betreten dürfen, tragen Shiva, verborgen in einer Sänfte, durch die langen labyrinthischen Gänge des Tempels zu Minakshi, die ihn in ihrem eigenen Heiligtum erwartet. Minakshi und Shiva gewähren all die Segnungen und das Wohlergehen im Leben auf der Erde. Sie allein können den Menschen das Nirwana gewähren, die Erlösung aus dem Zyklus des Lebens. Jeden Abend hält der von den Emotionen der Menschen getragene Gott an derselben Stelle im Tempel inne, damit die Brahmanen ihm Kühlung zufächeln und Nahrung anbieten können. Wir sind wie Bienen. So wie Bienen, die Nektar sammeln, den sie in den Bienenstock tragen, um daraus Honig zu machen, sammeln wir im Allerheiligsten all unsere Kraft und Weisheit. Die Historikerin Gita Pai, Professorin an der Universität von Wisconsin in den USA, interessiert besonders Minakshi, diese einzigartige weibliche Figur. Sie ist in Madurai sehr beliebt, denn die Menschen hier verehren sie nicht nur als ihre Göttin, sondern auch als Königin aus der Dynastie der Pandya, die hier in Madurai ihre Wurzeln und ihr Zentrum hatte. Der Legende nach konnten der König und die Königin von Madurai keinen männlichen Erben bekommen. Sie erhielten dafür ein Geschenk der Götter, eine kleine Tochter, die mit drei Brüsten auf die Welt kam. Sie wurde Minakshi genannt, wie ein Junge erzogen und wuchs zu einer unbesiegbaren Kriegerin heran, die den Gebrauch der Waffen perfekt beherrschte. Eines Tages zog sie in den Kampf auf dem Berg Kailash, dem Sitz des Gottes Shiva. Und als sie dort ankommt und Shiva gegenübersteht, fällt ihre dritte Brust ab und sie begreift, dass er ihr Gatte sein wird. Sie feierten also eine große Hochzeit mit vielen Festivitäten für das Volk von Madurai, das überglücklich war über die Heirat seiner Königin, vor allem aber, weil ihre Königin zur Göttin geworden war. Minakshi ist als Göttin die vollkommene Verkörperung von Liebe, Weiblichkeit und Fruchtbarkeit und wacht seither über ihre Geschlechtsgenossinnen. Was an diesen Tempellegenden historisch ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Aber es geht auch nicht darum, was tatsächlich geschehen ist. Wichtig ist, was die Menschen glauben. Und das ist ihre eigene Art, den Tempel, ihre Göttin und ihre Götter zu erklären. Für die Menschen hier leben die Götter in der Gegenwart. Und sie glauben, oder vielmehr sie haben das Gefühl, dass die Götter nicht nur zu ihrem Alltag gehören, sondern sehr lebendig sind. Aber es ist ein Lies, aber ein Lies. Und das ist ein Lies. So leben in Madurai die Götter wie die Menschen. Und die Menschen können Götter werden. Der heilige Raum ist nicht abgegrenzt. Er ist sehr durchlässig, nicht festgelegt. Das heilige Raum ist nicht auf das Innere des Tempels beschränkt. Es ist Teil des Alltags. Der Minakshi-Tempel ist ein Beispiel für einen lebendigen Tempel, der sich im Laufe der Zeit unablässig wandelt. Und weiterentwickelt. Die Tempel von Tanjavur hingegen, 200 Kilometer nördlich von Madurai, haben ihre ursprüngliche Vollkommenheit bewahrt. Der Brihadishwara-Tempel ist über 1000 Jahre alt und das schönste Architekturjuwel in Südindien. Die Reinheit seines Stils, die Harmonie der Maße und die Überfülle der Skulpturen aus Granit machen ihn zu einem unvergleichlichen Bauwerk. Geweiht ist er Shiva, dem beliebtesten Gott in der Region Tamil Nadu. Besonders interessant aber ist, dass hier die Bauprinzipien des Buddhismus sichtbar erhalten geblieben sind. Der Historiker Pradip Chakraverti hat zahlreiche Werke über die Architektur des Tempels geschrieben. Musik Und so geht es noch viel länger weiter. Aber erstaunlicherweise nennt diese Hymne, die als die Blüte aller vedischen Hymnen gilt, keineswegs die Götter, an die wir heute denken, wie Shiva, Vishnu und all die anderen. Die hier angerufenen Götter sind das Wasser, das Feuer, der Mond, die Sterne, die Jahreszeiten und die Regenfälle. Wenn wir mit der Natur Zwiesprache halten, eröffnet uns das die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Diese Ehrerbietung gegenüber der Natur ist allen Hindus gemeinsam, wie der Glaube an Brahman, das Unendliche, das Ewige, das Absolute. Der Gott Brahma wird als Gott der Schöpfung verehrt. In den alten Zeiten, in den vedischen Hymnen, schufen die Menschen einen Begriff von Brahman, indem sie ihm eine Gestalt gaben, genannt Vastupurusha, das ewige Menschenwesen. Wenn wir dieses ewige Menschenwesen auf Erden sehen und etwas da rumbauen, wird das ein Tempel. Der Tempel ist für uns also nicht nur Versammlungsort oder Kultstätte, sondern ein Raum, in dem wir in einem Gebäude die Erfahrung des Kosmos machen. Wenn wir uns Vastupurusha im Inneren ansehen, sind seine Hände in Gebetshaltung. Seine Knies sind zur Seite gebeugt, seine Füße zeigen nach unten. Der Tempel entspricht auch hier der Darstellung des göttlichen Körpers in menschlicher Gestalt. Er lässt sich in ein Quadrat einzeichnen, das unterteilt wird in Felder eines Vielfachen von Neuen, die den neun Planeten der indischen Astrologie entsprechen. Um zu vermeiden, dass die oberste Gottheit entkommt, wird sie am Boden gehalten von sekundären Gottheiten, die die Felder um das zentrale Quadrat bewohnen. Und dieser Punkt hier in der Mitte ist sein Nabel. Tatsächlich heißt er auf Sanskrit Garba Graha. Das bedeutet Gebärmutter. Dort befindet sich die wichtigste Gottheit. Und alle Aufmerksamkeit ist auf diesen zentralen Punkt gerichtet. Genau über dem Bauchnabel des Gottes erhebt sich die Vimana, ein pyramidenförmiger, hohler Turm, in dem der Gott Shiva wohnt. Dieser himmlische Palast ist 70 Meter hoch und wird gekrönt von einem riesigen, 80 Tonnen schweren Monolithen. Die heiligste Stelle des Tempelbezirks überragt alle anderen Gebäude bei weitem. Nur Brahmanen dürfen dieses Heiligtum betreten, um Shiva zu dienen. Den Tempel aus Granit schmücken unzählige Skulpturen. Ein Schatz kunstvoller indischer Devotionalien aus dem 10. Jahrhundert. Die Skulpturen stellen den Gott Shiva in seiner Gestalt als schöner Herr in verschiedenen Posen des indischen sakralen Tanzes dar. Wie beim Minakshi-Tempel ist der heilige Bezirk von einer doppelten Einfriedung umgeben. Ein Gopuram bildet den Eingang. Sämtlichen Proportionen des Tempels liegen präzise Maße zugrunde, die die verschiedenen Gebäude miteinander verbinden. Bestimmt werden alle Proportionen von einem Quadrat. Die Umfriedungsmauer entspricht dem Maß von zwei Quadraten mit einer Seitenlänge von jeweils 140 Metern. Die 70 Meter Höhe der Vimana entsprechen genau der Hälfte eines Quadrats. Die Anordnung der Gebäude bildet also eine Kombination von Quadraten, die für die Erde stehen, und konzentrischen Kreisen, die den Himmel symbolisieren. Diese exakt symmetrische Anordnung repräsentiert die buddhistische Auffassung des Kosmos. In den unterschiedlichsten Formen ist sie in ganz Asien verbreitet, als Mandala. Mandala bedeutet auf Sanskrit Plan, Kreis oder auch Zentrum und Rand. Es ist das Diagramm, das die Ordnung des Universums darstellt. Alles kommt darin vor. Der Mensch und sein Körper, die Elemente der Natur, die Sonne und die Planeten. Das Kalachakra-Mandala, das als Rat der Zeit bezeichnet wird, ist die vollkommene bildliche Darstellung des Kosmos. Sie geht zurück auf die letzte Unterweisung Buddhas. Es ist der Plan seines Wegs zur Erleuchtung. Das Rat der Zeit stellt die großen Lebenszyklen dar. Vom Makrokosmos zum Mikrokosmos. Vom Lauf der Planeten zum Atemzyklus. Alles unterliegt dem Einfluss der Zeit. Robert Thurman, Professor an der Columbia Universität in New York, erforscht den indotibetischen Buddhismus und war der erste Amerikaner, der von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, zum buddhistischen Mönch ordiniert wurde. Ein Mandala ist ein alternatives Universum. In dessen Zentrum ist ein göttlicher, ein königlicher Palast. Wir betrachten Mandalas üblicherweise als zweidimensionales geometrisches Diagramm, mit Quadrat und Kreis oder Kreisen im Quadrat oder auch mit mehreren ineinander gefügten Quadraten. Tatsächlich sind es zweidimensionale Pläne eines dreidimensionalen Gebäudes. Der Meditierende muss das Mandala visualisieren, in seiner Gesamtheit wie in seinem kleinsten Detail. Jeder Himmelsrichtung entspricht eine Farbe, ein geistiger Aspekt, eine Eigenschaft des Seins. Kraft seiner Konzentration lässt der Meditierende aus diesem Plan am Boden einen idealen himmlischen Palast aufsteigen, in dem alle Eigenschaften eines erweckten Buddha vereint sind. Der Meditierende kann sich frei darin bewegen und ihn geistig erforschen. Mit der Technik des Mandala lässt sich ein mentaler Raum schaffen, in dem du dich erhöht fühlst. In ihm kannst du deine Empfindsamkeit entfalten, ohne fürchten zu müssen, verletzt oder unterdrückt zu werden. Das Gebäude sollte diesen erhebenden Raum reflektieren. Es geht also um eine sehr hochentwickelte Wissenschaft des Nervensystems und der Programmierung des Gehirns. Ich bezeichne sie als psychische Neurowissenschaft. Mit Hilfe fokussierter Vorstellungskraft und einer sehr starken Konzentrationsfähigkeit schaffst du subtile Effekte in deinem Nervensystem. Und die Konstruktionsprinzipien der Architektur sind eng damit verbunden. Diese zutiefst psychologische und spirituelle Wissenschaft liegt der Architektur der meisten hinduistischen oder buddhistischen Tempel zugrunde. Bodh Gaya im Norden Indiens ist eine der heiligsten buddhistischen Pilgerstätten. Hier gelangte vor 2500 Jahren ein Mann namens Gautama nach langer spiritueller Lehrzeit zur Erleuchtung. Unter einem Baum sitzend wird er zu Buddha, dem Erweckten. Zum ersten Mal durchbrach ein einfacher Mensch den Zyklus von Wiedergeburt und Tod und erreichte einen Zustand der Allwissenheit, der bis dahin den Göttern vorbehalten war. Dies bedeutete eine zugleich politische wie spirituelle Revolution in Indien, das von der vedischen Religion und ihrem Kastensystem rigoros bestimmt wurde. Impliziert es doch, dass jeder Mensch ein Buddha werden kann. 300 Jahre nach dem Tod Buddhas wird eines der ersten buddhistischen Bauwerke aus Stein um den heiligen Baum errichtet. Der Mahabodhi-Tempel ist ein Stupa, ein Mausoleum für die Reliquien Buddhas. Zu seinen Ehren umkreisen die Gläubigen den Tempel im Uhrzeigersinn. Der Stupa steht am Beginn der sakralen Architektur in Asien. Er wird zur typischen Bauform des Buddhismus und zum Wahrzeichen für die Gläubigen. Die Gestalt der Stupas ändert sich im Lauf der Jahrhunderte, abhängig vom Land, der Kultur und der jeweiligen Schule. Denn der Buddhismus wird sich außerhalb Indiens, wo er entstand, auf fast dem gesamten asiatischen Kontinent weiterentwickeln. Er verbreitet sich in drei Richtungen. Um die Gebirgskette des Himalaya herum nach China und Korea bis nach Japan. Über die Hochebenen Tibets bis in die Mongolei. Und nach Birma, dem heutigen Myanmar, dem Eingangstor nach Südostasien. Als die missionierenden Mönche nach Birma kommen, ist das Königreich berühmt für sein Gold und seine Edelsteine. Die birmanischen Könige übernehmen diese neue Religion und passen den Buddhismus ihrem Kult der Nats, der Totengeister, an. Der Stupa erlebt hier durch seine Funktion als Reliquiar eine erstaunliche Verbreitung. In Rangun, der heutigen Hauptstadt von Myanmar, erhebt sich ein gigantischer, ganz und gar mit Gold überzogener Stupa, der höchste Stupa der Welt. Dieser Stupa in Form einer umgestülpten Schale erinnert an die Wandermönche, die den Buddhismus in das Königreich brachten. Er thront inmitten eines Waldes aus 64 kleinen Pagoden, die einen heiligen Bezirk bilden. Charlotte Galloway, Professorin an der Australian National University, ist Spezialistin für buddhistische Kunst. Die Shwedagon-Pagode ist so bedeutsam für das heutige Myanmar und die ganze buddhistische Welt, weil sie mit Geschichten verbunden ist, die einerseits Legende sind, aber auch auf historischen Fakten beruhen. Der Legende nach werden in der Pagode echte Haare Buddhas aufbewahrt. Der Legende nach haben zwei Kaufleute aus Birma auf einer Reise in Indien aus den Händen Buddhas acht seiner Haare erhalten. Mit großem Aufwand brachten sie den Schatz über das Meer, dann über Land nach Rangun, wo er in einem eigens dafür gebauten Stupa in einen Schrein gelegt wurde. Der lokalen Legende zufolge wurde der Stupa zur Zeit Buddhas gebaut, das hieße vor über 2500 Jahren. Aber historisch gibt es natürlich keinerlei haltbaren Beweis, dass damals hier eine Pagode gebaut wurde. Die ersten authentischen historischen Nachweise stammen aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Sie dokumentieren die Bedeutung des Shwedagon und seinen damaligen Stellenwert für die Könige von Birma. Zu jener Zeit ist nicht Rangun die Hauptstadt des Königreichs, sondern Bagan im Norden des Landes. Aber sehr rasch verbreitet sich der Ruf des Stupa mit den außergewöhnlichen Reliquien in ganz Birma. Die Könige von Bagan spenden Massen von Gold und finanzieren den Bau der Pagoden rund um den Shwedagon. Wenn wir die Architektur und die Form des Gebäudes, so wie es heute erscheint, näher bei uns, zeigt sich, dass es weitgehend eine Darstellung bestimmter zentraler Aspekte der buddhistischen Kosmologie ist. Das Fundament hat die klassische achteckige Form. Es gibt vier Hauptseiten, die in die vier Himmelsrichtungen weisen. Und die übereinander gelagerten Ebenen markieren den Weg einer spirituellen Reise. Die Ebenen auf der achteckigen Basis stellen das irdische Königreich dar. Darüber beginnt das himmlische Königreich mit den verschiedenen Stadien der Weisheit bis hin zur vorletzten Etappe, die der Vollendung des Dharma entspricht. Ganz oben sitzt die Turmspitze, die das oberste Ziel aller Buddhisten repräsentiert. Die Leere, die endgültige Vollendung der spirituellen Erweckung, die auf dem höchsten Punkt des Gebäudes erlangt wird. Überall funkeln Gold und Edelsteine. Diese Pracht ist umso erstaunlicher, als der Buddhismus eine Philosophie predigt, nach der derjenige das Heil erlangt, wer der materiellen Welt abschwört. Fast alle Glasmosaiten hier wurden von meinem Urgroßvater und meinem Vater geschaffen. Ich übe diesen Beruf seit 1998 aus. Sövin Nain stammt aus einer Handwerkerfamilie mit einer langen Tradition. Mit seinem Team restauriert er seit mehreren Monaten eine Pagode. Diese detailintensive Arbeit muss alle 25 Jahre durchgeführt werden. Wir Buddhisten glauben an das Nirwana. Um das zu erlangen, spenden wir, um Verdienste zu erwerben. Deshalb bemühen wir uns, dass alles schön und glanzvoll wird. Die Farben, die wir bei den Arbeiten wählen, sind abhängig vom Geschmack des Spenders. Die Farbe Blau zum Beispiel ist eine königliche Farbe. Wir verwenden sie also sehr viel. Grün ist die bevorzugte Farbe der Armee. Sie wird heute sehr viel verwendet. Spiegel stehen für die Reinheit und die Wirklichkeit. Glas selbst ist transparent und es lässt sich hindurchsehen. Es ist ein Bild für das Nirwana. Denn im Nirwana, so heißt es, ist alles durchsichtig. In Südostasien hat sich vor allem die Theravada-Schule des Buddhismus durchgesetzt. Die Vorstellung des Karma ist hier ganz besonders wichtig. Durch Spenden, auch das Spenden eigener Zeit, lassen sich Verdienste erwerben. Und die Möglichkeit, in künftigen Reinkarnationen ein besseres Karma zu erlangen. Ue Luin, der Präsident des Freiwilligenverbandes, kommt seit seiner Kindheit zum Shwai de Gon. Die Mitglieder unseres Verbandes sowie anderer Verbände sind Freiwillige, die an der Pagode mithelfen. Das tun sie abwechselnd. Denn wenn alle 4000 Freiwillige zur selben Zeit kämen, wäre kein Platz mehr um die Pagode. Im Augenblick des Todes denkt jeder an seine guten Taten und Verdienste. Unsere Handlungen müssen nicht in Stein gemeißelt werden. Wir haben sie im Herzen. Auch die birmanischen Herrscher haben Verdienste erworben. Sie suchten sich gegenseitig mit prunkvollen Spenden zu übertreffen. Wie die Königin, die im 15. Jahrhundert ihr Gewicht in Gold spendete, um den Shwai de Gon damit zu überziehen. Ganz oben auf dem Gebäude befindet sich ein weiteres dekoratives Element, das Ti genannt wird, ein Schirm. Der Schirm ist in Asien ein wohlbekanntes Symbol und wird mit Buddha in Verbindung gebracht, ist aber auch Symbol der Königswürde. Ein Schirm findet sich immer über einer königlichen Figur oder wie hier über einem großen spirituellen Führer. Bei der letzten Renovierung des Ti haben die Gläubigen Schmuck, Silber, Gold und Edelsteine gespendet, die an der Spitze des Schirms mit seinen 1065 goldenen Glöckchen eingearbeitet wurden. Wohin wir hier auch blicken, alles was wir sehen, ist das Resultat dieser Spenden. Dahinter steht die Vorstellung, Verdienste zu erwerben, wenn wir die drei Juwelen des Buddhismus achten. Das heißt, den Buddha, den Dharma, die Lehren Buddhas und den Sangha, die buddhistische Gemeinschaft. Und all das existiert nebeneinander in dieser lebendigen Umgebung, die sich fortwährend wandelt. Denn die Menschen spenden immer weiter, nicht nur für den Zyklus ihrer eigenen Wiedergeburt, sondern auch für die Wiedergeburt dieser Umgebung. Hier konzentrieren sich die Spenden auf ein einziges Monument. Aber andernorts haben sie, in der Auseinandersetzung mit einer übermächtigen Natur, eine ganz andere Dimension erreicht. Nördlich von Rangun liegt Bagan. Die alte Hauptstadt der Könige von Birma war das Königreich Buddhas. Ein märchenhafter Anblick und zugleich eine reale Vision der göttlichen Welt. Begabte Architekten errichteten auf dieser weiten Ebene mehr als 3000 Sakralbauten. Damit wird dieser Ort zum weltweit wichtigsten der buddhistischen Architektur. Ich wurde in Bagan geboren und bin sehr stolz darauf, weil es ein einmaliger Ort auf der Welt ist. Ich arbeite seit 23 Jahren für die archäologische Abteilung. Mein Vater ist ebenfalls Archäologe und Schriftsteller. Wir, die wir in Bagan leben, glauben seit jeher, dass die Stupas, die Reliquien Buddhas enthalten, diesen Ort beschützen. Und dass sie alle Gefahren von uns abhalten. Forschungen zufolge wohnte zu der Zeit, als Bagan Königsstadt war, die Bevölkerung um diese religiösen Monumente herum. In der Region Bagan lebten damals etwa 200.000 Menschen. Bevölkerung und Könige bauten im Lauf der Jahrhunderte Tempel und Stupas ganz unterschiedlicher Größe und Form und mit ganz unterschiedlichen Materialien. Schließlich war die gesamte Ebene mit Tempeln übersät. Das größte Bauwerk von Bagan ist zugleich eines der erstaunlichsten. Die Demayasika-Pagode wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Sie verkörpert eine einmalige Verbindung von Tempel und Stupa. Gekrönt von einem birmanischen Thi und umstanden von fünf kleinen Tempeln, die als Zugänge dienen, hat das Bauwerk die Form eines Sterns, ein heiliges Pentagon, im Einklang mit der buddhistischen Kosmologie. Am 24. August 2016 gab es in Bagan ein Erdbeben der Stärke 6,8. Ungefähr 389 religiöse Gebäude wurden dabei beschädigt. Auf dieser 40 Quadratkilometer großen Ebene kommen Erdbeben häufig vor. Die alten Baumeister haben ihre Gebäude aus Lehmziegeln errichtet. Diese scheinbar instabile Bauweise hat sich als sehr widerstandsfähig erwiesen. Nur die zierlichen, spitz zulaufenden Dachbekrönungen konnten den Elementen nicht standhalten. Bei den zahlreichen Erdbeben nahm auch eines der schönsten architektonischen Juwelen Schaden, der Ananda-Tempel. Doch auch hier geben die Menschen ihm seinen ursprünglichen Glanz zurück. Reihen von Skulpturen schmücken den Ananda-Tempel. Sie stellen den mythischen birmanischen Löwen dar, den Wächter des Landes. Der Tempel ist eine Synthese mehrerer Glaubensrichtungen. Der Ananda-Tempel könnte von einem indischen Tempel angeregt worden sein, mit seinen Toren in der Form von Blättern der Lotusblüte, dem Symbol der Reinheit. Über den sechs aufeinander folgenden Terrassen, die den mythischen Berg Meru darstellen, erhebt sich über dem Heiligtum der Shikara-Turm. Aus jeder der vier Himmelsrichtungen führt eine Eingangshalle in das Zentrum, zum Allerheiligsten des Tempels. Sein Grundriss ist perfekt symmetrisch, ein Kreuz im Zentrum eines Quadrats, ein Mandala. Auch wenn Bagan heute eine baufällige und zugleich unschätzbar kostbare archäologische Städte ist, sie hat nie aufgehört, ein Ort religiösen Eifers zu sein, der bezeugt, wie allgegenwärtig der Buddhismus im Alltag der Menschen in Myanmar ist. Das Volk und die Könige von Bagan hatten das Wesentliche des Buddhismus wohl begriffen. Sie wussten, dass alles vergänglich ist, dass wir alt werden und schließlich sterben. Sie haben diese Monumente unter großen Anstrengungen gebaut. Aber sie wussten ganz genau, dass bei den häufigen Erdbeben hier alles früher oder später zerstört werden würde. In der Auseinandersetzung mit dieser unberechenbaren und zerstörerischen Natur haben sich auch die Menschen in diesen Kreislauf der ewigen Wiederkehr eingeschrieben. Und diese von Erdbeben erschütterte Ebene wurde im Lauf der Zeit heilig. Aber was geschieht, wenn der Buddhismus in eine Welt kommt, in der es gar keine Architektur gibt? Im Norden Chinas, in Zentralasien, erstreckt sich die Mongolei. Ein schier unendliches Gebiet unberührter Natur. Dieses Land ist die Welt der Nomaden und Schamanen, eine Welt, in der die Menschen an Mond- und Sonnengötter glauben, an Götter des Himmels und der Erde. Im 16. Jahrhundert setzt sich der Buddhismus in der Mongolei durch. In der gewaltigen Landschaft verschwindet dieser Tempel nahezu in der Natur. Das Kloster Töv-Chön-Chid wurde um eine Höhle herum gebaut. Es ist ein natürliches Heiligtum in einer Höhlung im Felsen. Die Lamas, die hier seit Jahrhunderten beten, haben diesen Ort zu einem heiligen Ort gemacht. Wir meditieren, um uns selbst zu finden. Es ist wichtig, sich selbst zu kennen, den eigenen Geist. Wir fragen uns, wer bin ich? Wer sich durch die Meditation kennenlernen kann, wird sich beherrschen und seinen Weg finden können. So können wir ohne Leiden und im Frieden leben. Ich bin Lehrmeister des Klosters Töv-Chön. Ich bin seit 1993 hier. Das erste Holzgebäude wird im 17. Jahrhundert auf dem Felsvorsprung errichtet. Es überblickt das Tal des Ochon, die Wiege der Kultur der Steppennomaden. Land der glücklichen Einsamkeit wird dieser einzigartige Ort genannt. Für die Mönche des tibetischen Buddhismus ist dies ein berühmter Rückzugsort. Die natürliche Umgebung des Klosters Töv-Chön-Chid verhindert, dass jemand zufällig hierherkommt. Jeder kommt mit einem festen Willen und ernsthafter Motivation. Ringsum ist nichts als Wald. Dieser Ort ist nur für die bestimmt, die Meditation praktizieren. Sie können dies hier in völliger Stille tun. Es ist eine Welt für sich. Diese Weltabgeschiedenheit hat das Kloster Töv-Chön-Chid vor den gewaltsamen Ereignissen der Geschichte bewahrt. Die meisten anderen Tempel in der Mongolei jedoch ereilte ein tragisches Schicksal. Der Buddhismus kam in die riesigen Steppen Zentralasiens auf den Wegen der Händlerkarawanen, die Seidenstoffe und Gewürze zum Hof des legendären Herrschers und Eroberers Genghis Khan brachten. Im Lauf von Jahrhunderten setzte sich hier der Buddhismus nach und nach durch. Diesen Ort wählte der Khan als Basislager. Und hier gründete er die erste Hauptstadt des großen mongolischen Reiches, Karakorum. Mitten in der Steppe erheben sich 108 makellose Stupas als stumme Zeugen einer bewegten Geschichte. Sie bilden ein Quadrat um das Kloster Erdene zu, das erste buddhistische Zentrum der Mongolei. Uran Chimek Tsultem, Professorin für buddhistische Kunst an der Universität Berkeley in Kalifornien, kommt regelmäßig hierher in ihre Heimat, um ihre Recherchen über die Ursprünge dieses Klosters weiterzuführen. An der Stelle von Erdene zu, noch vor dem Bau der Tempel, stand hier die riesige Jurte des Gründers Abday Khan. Er war ein Nachkomme von Genghis Khan. Als er 1586 dem Dalai Lama begegnete, hatte er sich bereits in dieser Jurte niedergelassen. Sie war so groß, dass eine normale, von Nomaden bewohnte Jurte daneben wie ein Spielzeug aussah. Abday Khan ließ um seine Jurte das Kloster Erdene zu bauen, das zum Symbol der Verwurzelung des Buddhismus in der Mongolei wurde. Sein riesiges Zelt aus Stoff und Holz wurde zu einem Wanderkloster, mit dem er durch die Steppe zog, um die Worte Buddhas zu verbreiten. Von der Jurte Abday Khans sind nur Spuren der Fundamente übrig geblieben. Ein riesiger Steinkreis im Zentrum des ummauerten quadratischen Bezirks, wie ein Mandala. Erdene zu war ein lebendiger Organismus. Sein Bau hörte niemals auf. Es fing an mit der großen Jurte der Gründung. Dann wurden zahlreiche Tempel errichtet. Und da diese Entwicklung nie aufgehört hat, denn im 16., 17., 18. und sogar im 19. Jahrhundert wurde immer weiter gebaut, gibt es eine interessante Ansammlung unterschiedlicher Architekturen, umgeben von 108 Stupas. Erdene zu verdankt seinen Namen drei besonderen Kostbarkeiten. Den drei Zu, einem Geschenk des spirituellen Führers Tibets jener Zeit. Diese drei heiligen Bilder stellen Buddha dar und für sie wurde, wie es brauchbar, jeweils ein Tempel gebaut. Da es in diesem Land keine architektonische Tradition gibt, muss sich Abday Khan berühmter Handwerker aus China zu Hilfe holen, um für den kostbaren Schatz einen passenden Aufbewahrungsort zu schaffen. Mitten in der Steppe bilden diese drei Gebäude in perfekt symmetrischer Anordnung einen seltsamen Anblick. Nach dem Vorbild chinesischer Paläste gebaut, künden sie von der Allmacht des Khan. Im 18. Jahrhundert errichtet der Khan, der zugleich spirituelles Oberhaupt ist, in der Nähe der drei Tempel den Laviran-Tempel zu Ehren des tibetischen spirituellen Führers. Architektonisch ließ er sich von den Bergtempeln in den Ausläufern des Himalaya inspirieren. Damit demonstriert er den spirituellen und politischen Einfluss Tibets auf den buddhistischen Staat, zu dem die Mongolei geworden war. Der Laviran-Tempel ist jedoch kein Steinbau wie die Tempel in Tibet, sondern besteht aus gebrannten Ziegeln und Holz. Mitten im Kloster wird ein Stupa errichtet. Hier im Norden wird ein Stupa Churten genannt. Seine Form hat sich im Laufe seiner langen Wanderung von Indien in die Mongolei beträchtlich gewandelt. Doch der Churten selbst hat alle Eigenschaften der buddhistischen Kosmologie bewahrt. Er stellt gleichzeitig einen menschlichen Körper und die Elemente der Natur dar. Das Fundament entspricht den unteren Gliedmaßen, die mit der Erde verbunden sind. Die Kuppel auf der Höhe des Bauchs symbolisiert das Wasser. Die 13 Ringe vom Herzen bis zum Hals symbolisieren das Feuer. Der Halbmond ist der Kopf, er symbolisiert die Luft. Und der Samen des erhabenen Erwachens auf der Spitze ist das Tor in den Äther, den unendlichen himmlischen Raum. Der Stupa ist gewöhnlich Lamas, Meistern, Heiligen und den Reliquien Buddhas vorbehalten. Aber hier in der Mongolei hat er auch die Funktion, die Förderer des Buddhismus zu ehren und die Khans, die eine zentrale Rolle bei der Einführung des Buddhismus spielten. Abdai Khan, sein Enkel und deren Königinnen, alle sind in den Stupas hier bestattet worden. Der Chirten wird so zu einem politischen wie religiösen Symbol. Er hebt faktisch die Grenze zwischen dem Profanen und dem Heiligen auf. Das Kloster wird zu einer wahren Akademie, in der Generationen junger Steppennomaden alphabetisiert und zum Buddhismus bekehrt werden. Den Glauben ihrer Ahnen geben sie auf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beten fast 1500 Mönche in den 65 Tempeln von Erdene zu. Mehr als die Hälfte der mongolischen Bevölkerung gehört dem Klerus an. Die Mongolei ist zur Theokratie geworden, nach dem Muster Tibets. Doch 1939 kündigt sich mit der Invasion der Russen das Ende des Klosters an. Erdene zu, das Symbol für die Macht der Lamas, ist das erste Opfer einer Säuberungsaktion ohnegleichen, mit der die Kommunisten den Buddhismus auszulöschen versuchen. Die meisten Tempel des Klosters werden zerstört, die Mönche hingerichtet. Am Ende haben die Sowjets in der gesamten Mongolei 17.000 Mönche und Lamas ermordet und fast alle der 2000 Tempel des Landes zerstört. 70 Jahre später hat das Kloster seine Pforten wieder geöffnet. Die Mönche und die Bevölkerung haben die Praktiken ihrer Religion wieder aufgenommen. Um die 108 Stupas, die Einfriedung der heiligen Festung Erdene zu, findet die rituelle Umrundung statt. Mit ihr wird der Jahrestag der Erweckung Buddhas gefeiert. Angeführt wird sie von Orshir Erdene Chulung, dem Lama des Laviran-Tempels. Wir, die junge Generation, haben den Stab übernommen. 70 Jahre lang haben die alten Mönche die Religion jeden Tag im Geheimen praktiziert, die heiligen Texte gelesen, gebetet und ihre Rituale durchgeführt. Jetzt müssen wir uns nicht mehr verstecken. Und wir beten ganz offen jeden Tag, vor allem an religiösen Feiertagen. Wie jedes Jahr führen die Dorfbewohner dabei unschätzbare Zeugnisse mit sich. Heilige Schriften, die die Familien während der kommunistischen Säuberung in den Jurten versteckten, um sie vor der Zerstörung zu bewahren. Ich habe mich selbst entschlossen, Mönch zu werden. Das hat nicht meine Familie entschieden. Niemand hat mich dazu gedrängt. Und ich habe beschlossen, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Ich heisse Sansha Dejit. Ich habe hier im Kloster Erdenezu mit meinen Studien angefangen. Ich lebe jetzt schon seit vier Jahren im Kloster. Bald gehe ich zum Studium an das Institut für buddhistische Religion nach Ulaanbahto. Ich möchte, dass das Kloster Erdenezu das wichtigste religiöse Zentrum bleibt. Wenn ich mein Studium an der Universität in Ulaanbahto abgeschlossen habe, werde ich in das Kloster zurückkehren. Meine beiden Lehrer setzen sehr viel Vertrauen in mich. Ich will sie nicht enttäuschen. Ich möchte nach Erdenezu zurückkehren und mich als Lama mit Astronomie beschäftigen. Sanja Dejit steht, wie Generationen junger mongolischer Nomaden vor ihm, für Gegenwart und Zukunft des Klosters. Erdenezu ist hier auf mongolischem Boden seit Jahrhunderten verwurzelt. Ihm ist es gelungen, die Geschichte der Gewalt und die Negierung des Sakralen zu überleben. Als der Buddhismus in den fernen Osten gelangt, erreicht die buddhistische Architektur einen Grad der höchsten Vollkommenheit in Harmonie mit den Elementen. In Japan hielten die Menschen immer schon Zwiesprache mit den Kamis, den mächtigen Naturgeistern und Gottheiten. Die Begegnung zwischen der Welt der Kamis und dem Buddhismus wird einem bisher unbekannten Genre-Synkretismus zweier Architekturformen hervorbringen. In Sakurai verkörpern ein Shinto-Schrein und ein buddhistisches Kloster dieses sakrale Nebeneinander. Der Berg Miva, den die Menschen von jeher verehren, ist Wohnort der Gottheit Okuninushi, dem Meister der großen Erde. Am Fuß des Berges wird die Gegenwart der Kami durch ein Torii signalisiert. Das symbolische Tor, das die physische Welt, von der der Geister trennt. Hier, im Omiwa-Ginja-Schrein, sind die Kami allgegenwärtig. Die insgesamt Millionen von Kamis gehörten für die Bewohner des Inselstaats schon immer zu ihrem Leben dazu. Shinto, der Weg der Götter, bezeichnet die Gesamtheit der Glaubensformen und der animistischen Kulte. Hiraoka Masahiko ist Shinto-Priester des Omiwa-Ginja-Schreins. Im Glauben der Japaner ist die Natur beseelt. Also die Berge, Flüsse, das Meer, die Pflanzen und Bäume. Die Götter sagen, erzählen davon, dass letztlich alle Dinge beseelt sind. Die Götter haben die Menschen zusammen mit der Natur erschaffen. Die Natur und die Menschen sind also quasi Geschwister. In der ersten Zeit beschränkte sich der Shinto-Glaube auf kleine, im Gebirge verstreute, temporäre Heiligtümer. In ihnen wohnen die Naturgeister, zu denen die Menschen kommen, um sie zu ehren. Als der Buddhismus auf die Inseln kommt, wandelt sich der Geisterkult zur Religion, zum Shintoismus. In der Folge entwickelt sich eine sakrale Architektur mit immer raffinierteren Bauten. Der Omiwa-Ginja-Schrein unterscheidet sich von anderen Schreinen. Der Mewa-Yama wird als besonders heiliger Berg verehrt. Deshalb gibt es in diesem Schrein keine Haupthalle, die ein Zentrum bilden würde. In der Tempelanlage gibt es kein Zentrum, denn das Heiligtum ist das Gebirge, in dem sie liegt. Der Shintoismus übernimmt aus der buddhistischen Architektur die Bauweise, die massiven Formen, die großen miteinander verbundenen Räume. Doch der ästhetische Stil ist neu. Die vollständig aus Holz errichteten Gebäude müssen unablässig gepflegt und erneuert werden. Wie in Indien wollen die Gottheiten in Japan nicht altern. Der Buddhismus hat die animistischen Glaubensvorstellungen in Japan nicht verdrängt. Noch heute werden die meisten Hochzeiten in Shinto-Schreinen gefeiert. Zu Ehren der Verbindung der Gottheiten Izanagi und Izanami, die Japan schufen, indem sie ihre himmlische Lanze in die Fluten tauchten. Die Menschen in Japan erkennen in allen Formen der Natur etwas, das eine Seele besitzt. Genauso sind sie sehr empfänglich für das Kommen, aber auch für das Gehen dieser Beseeltheit, dieses Lebens. Wenn Shinto die pantheistische Welt der Naturgeister ist, versetzt der Buddhismus die Menschen in den Zyklus der Zeit. Musik 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 Nicht weit entfernt im Heiligen Gebirge steht eines der ältesten buddhistischen Gebäude Japans. Der Tansanschrein entstand kurze Zeit nach der Ankunft der ersten buddhistischen Missionare aus Korea in Sakurai, im 6. Jahrhundert. Angetan von diesem neuen Denken befiehlt der Kaiser den Bau dieses Tempels und führt so die Architektur vom asiatischen Festland auf dem Inselstaat ein. Musik Kenske Hanna Fusser ist Priester im Tansanschrein. Musik Damals war Japan noch ein junges Land. Und viele Denkweisen des asiatischen Festlands wurden hier eingeführt. Diese Denkweisen sind allerdings nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form zu finden, sondern wurden in Japan stark angepasst und modifiziert. Musik Die Geschichte des Tansanschreins ist dafür ein perfektes Beispiel. Aus dem buddhistischen Tempel wird später ein Shinto-Heiligtum, das die neue Bezeichnung Schrein erhält. Tatsächlich existieren die beiden offiziellen Religionen in Japan, der Shintoismus und der Buddhismus, schon seit Jahrhunderten nebeneinander. Shintoismus und Buddhismus wurden kombiniert, trotz unterschiedlicher Konzepte. Die Menschen kamen an einem Ort zusammen und führten die beiden Denkweisen zueinander. Musik Als die buddhistische Architektur in dieses Land kam, wurde sie an die natürliche Topografie der gebirgigen Landschaft angepasst. Dominique Guisson, Professor für Kunstgeschichte, Fotograf und Autor von Werken über japanische Architektur, interessiert sich sehr für dieses Bauwerk, das geradezu ein Sinnbild des japanischen Synkretismus ist. In der Beziehung des Buddhismus zur shintoistischen Natur geht es darum, die Architektur mehr oder weniger im natürlichen Raum verschwinden zu lassen. Die Gebäude werden kleiner, es wird mit unterschiedlichen Grundrissen und Standorten gespielt. Nach und nach nimmt diese Architektur eine bestimmte Form an. Obwohl sie durchaus buddhistisch ist, bewahrt sie doch einen shintoistischen Geist. Musik An den buddhistischen Bauten der ersten Zeit sind noch die Konstruktionsprinzipien aus China und Korea zu erkennen. Der einzige Unterschied zum Kontinent besteht darin, hier gibt es keinen Stein und keine Ziegelsteine, nur Holz. Also wird mit Holz gebaut. Und zwar nach dem Maß der Bäume. Tausende von Holzstücken werden zusammengefügt, natürlich ohne Nägel, ausschließlich mit Verzapfungen und Nuten. Die Japaner haben es in der Zimmermannskunst mit ihrer tausendjährigen Tradition zur Meisterschaft gebracht. Sie erfinden Techniken, um größer und höher bauen zu können. Ein Gebäude des Tansanschreins fällt besonders auf. Die einzige japanische Pagode mit 13 Terrassen. Diese viereckige Holzkonstruktion stellt die Vollendung der Gestalt des indischen Reliquias dar, das sich in ganz Asien weiterentwickelt hat. Aus dem Stupa in Burma wird der Churten in der Mongolei und schließlich in China und Japan die Pagode. Als der Buddhismus in Japan Fuß fasst, ist die Pagode noch ein Reliquienschrein. Doch sehr schnell wird sie zum konstitutiven Element buddhistischer Gebäude. Und danach wird sie zu einer Sache der Ästhetik. Eine Pagode ist ein kunstvolles Beispiel für die Verbindungen hölzerner Bauelemente, wie den Konsolen, dem Innenausbau und dem pendelnden Mast, mit dem die Bodenbewegungen bei Erdbeben ausgeglichen werden können. Dabei kommt es zu dem berühmten Schlangentanz, dieser wellenförmigen Bewegung, die dazu führt, dass die Gebäude stehen bleiben. In den buddhistischen wie den shintoistischen Sakralbauten sollen vor allem die überwältigende Macht und Schönheit der Natur zum Ausdruck kommen. Weiter im Norden, in der alten Kaiserstadt Kyoto, fügen sich Tausende im Lauf der Jahrhunderte gebaute Tempel in die Stadtlandschaft ein. Kyoto ist heute eine hektische Millionenstadt, in der die Einwohner mit der Vergangenheit in der Gegenwart leben. Auf den Hügeln im Norden der Stadt steht der geheimnisvollste Tempelkomplex Japans, der Daitoku-ji. Sein Name bedeutet Berg des Drachenschatzes. Dieser, derzeit enthobene Klosterkomplex entstand um drei imposante Gebäude, die als einzige der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sie werden von 22 kleinen, nicht-öffentlichen Tempeln umgeben, einer Art buddhistischem Dorf von mehr als 23 Hektar. Jeder Tempel ist von einem Garten umgeben und ist eine Welt für sich. Dies ist ein Kloster. Hier wurde zurückgekehrt zu den Grundlagen des Buddhismus, zur unmittelbaren Lehre in der Klostergemeinschaft. Da werden keine Bilder oder heiligen Schriften benötigt, keine komplizierte Esoterik. Was hier zählt, ist die Unterweisung von Mensch zu Mensch, von Meister zu Schüler. Das Daikotu-ji ist ein Zen-Kloster. Zen ist die radikalste Bewegung im Buddhismus, die Rückkehr zu den Wurzeln, zu den Lehren des Buddha. Was hier zählt, ist die Praxis, die zur Selbsterkenntnis führt, in vollkommener Harmonie mit der Natur und dem Göttlichen. Jede alltägliche Handlung wird ein Akt der Meditation, die sich in der Gegenwart vollzieht. Die Praktiken des Zen zielen darauf, das letzte Stadium der Erweckung zu erlangen, das Tor zum Absoluten. Ein äußerst wichtiges Werkzeug bei diesem Streben ist der Klang als Manifestation des Absoluten. Er fügt sich ein in die Gebete, die Mantras, die heiligen Formeln, die helfen sollen, den Zustand des Buddha zu erlangen. Stomu Yamashita ist in der Nähe des Daikotu-ji aufgewachsen. Er ist ein namhafter Perkussionist, der auch mit Mick Jagger gespielt hat und hat seine brillante internationale Karriere aufgegeben, um sich der geistlichen Musik zu widmen. Bei seiner Suche nach dem absoluten Klang ist er Meister der Sanukite geworden, der Klangsteine aus 13 Millionen Jahre altem vulkanischem Gestein. Was ich letztlich durch den Ausdruck meiner Musik zu finden hoffe, ist die Welt der sakralen Stille. Um diese Stille zu finden, um sie hören zu können, benötigst du erst einmal das richtige Umfeld, ein sakrales Umfeld. Im Daikotu-ji-Schrein in der Halle der Lehren, dem Hattou, findest du exakt diesen Raum, der dafür gebaut wurde, die sakrale Stille zu vernehmen. Das Hattou, die Lehrhalle, wird gerühmt für seine außergewöhnliche Akustik. Ein perfektes, in Maßarbeit gebautes Quadrat, das den tiefen Klang der Mantras zur Geltung bringen soll. Hier finden die seltenen heiligen Zeremonien statt, die öffentlich zugänglich sind. Stomu Yamashita hat sie eingeführt. Und der Klang der Sanukite verbindet sich mit den heiligen Gesängen des Shinto und des Zen. Die Welt der sakralen Stille, nach der ich suche, öffnet sich in dem Moment, wenn die unsichtbare Welt, der Klang, eins wird mit der sichtbaren, eindeutigen Welt. Ich denke, dass wir diesen Moment in der Hingabe zum Gebet wiederfinden. dass wir uns nicht in der Hingabe haben, dass wir das nicht in der Hingabe besuchen. Das ist wichtig. Und das ist wichtig. Jetzt Europa nicht in der Hingabe. Der weiße Kies stellt eigentlich fliessendes Wasser dar. Dort, wo das Wasser ins Meer trifft, wirbelt der Kies auf und wechselt von fliessendem Wasser zu aufbrausenden Wellen. Jeder Betrachter dieses Gartens wird auf eine andere Weise berührt, aber das Wichtige ist, dass er berührt wird. Der Steingarten führt natürlich kein echtes Wasser und es gibt auch keine Wasserfälle, die den Ort mit einem plätschernden Rauschen füllen würden. Aber das Rauschen ist unentbehrlich. Deshalb muss der Betrachter in sich gehen, das Rauschen in sich selbst finden. Es heißt, höre mit deinen Augen, sieh mit deinen Ohren. Die Natur und ihre Beobachtung stehen im Mittelpunkt des Zen. Der Garten spielt eine entscheidende Rolle bei der Konzeption des Tempels. Er ist integraler Bestandteil seiner Architektur, unterstützt die Meditation und soll ständig im Blick sein. Er ist eine rekonstruierte und sublimierte Natur. Für die Zen-Mönche ist der Garten ein Mikrokosmos. So wie der Kies das Meer darstellt, steht der Fels für ein Gebirge. Die Vorstellung der Natur im Zen folgt dem Bild dieser Gärten. Hier wird wieder ein Ganzes geschaffen, eine Art kunstreiche Version der Natur. Der Versuch, die Natur wiederzufinden, führt zur Natur des Menschen. Im abgelegensten Teil des Daito-Ku-ji befindet sich der Tempel Sin-Juan. Aus dieser am Ende des 15. Jahrhunderts gegründeten Einsiedelei gingen große Zen-Meister hervor, die die Kunst der Tee-Zeremonie entwickelt haben. Die Leere ist nicht dasselbe wie das Nichts. Die Leere ist der Zustand, in dem sich die Energie potenzieller Möglichkeiten befindet. Dann sagt einer im Zen, da findest du etwas, aber wenn er nachschaut, findet er nichts Sichtbares. In der Nachfolge dieser Meister steht heute der oberste Mönch, Meister Yamada Sosho, dem Sin-Juan vor. Er empfängt Yoshiaki Nakamura, einen auf Tee-Pavillons spezialisierten Architekten. Reine, klare Umgebungen sind im Zen der Idealzustand. Daher sind die Pfeiler aus weißem Holz. Das andere Holz ist bearbeitet und vierkantig zugeschnitten. Durch das Spiel der verschiedenen verschiebbaren Öffnungen entstehen im Tempel eine Reihe von Durchgängen zwischen innen und außen, gleich einem Abbild der Passage zwischen Leben und Tod. Die Architektur ist herausragend. Es stellt sich aber die Frage, wozu dient sie? Sie dient dazu, die nächsten Generationen auszubilden. Das Sin-Juan, wo die Meister die Lehrlinge, die jungen Mönche ausbilden, schafft eine ideale Umgebung dafür. Der Tee-Pavillon ist die Quintessenz der vom Zen inspirierten Architektur. Die Bescheidenheit des Ortes ist obligatorisch. Im Idealfall soll der Pavillon an eine schlichte Fischerhütte erinnern. Dieser Pavillon des Sin-Juan ist ein außergewöhnlicher Ort, der zahlreiche berühmte Teemeister gesehen hat. Je spiritueller der Zen geworden ist, desto enger wurden die Räume. Es wurde alles verdichtet, auf die Größe von nur zwei oder sogar nur einer Tatami-Matte. Ich kann gut nachvollziehen, dass diese Orte für den Rückzug zur Zen-Meditation geschaffen wurden. Hier befinden wir uns im sakralen Zentrum. Das heißt, auch ich werde sakral, wenn ich mich geistig lösen kann. Wenn nicht, dann bleibt es ein Ort des Zweifels. Denn was ist sakral? Sakral ist nicht die äußere Umgebung, sondern in unserem Verständnis das Innere in uns selbst, unser inneres Heiligtum. Ich weiß nicht, ob das im Herzen liegt. Also da, da oder hier. Aber wie ich verfügen auch sie über einen inneren sakralen Zufluchtsort. Im Verlauf dieser langen Reise durch Asien hat sich die sakrale Architektur in ihrer Begegnung mit anderen Glaubensrichtungen immer wieder gewandelt. Sie wurde zur Verkörperung des Menschen selbst, der Natur und der Götter. Und sie folgte der Vorstellung von einem Lebenszyklus, in dem alles ewig wiederkehrt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020